Können wir n' Foto mit dir machen? Watch me go, watch me go, yeah watch me Jede Nacht, der gleiche Albtraum Oh mein Gott, es ist nicht ein Traum, okay? Das ist niemand So, sie ist gerade da, sie ist f***ing glücklich auf mich Mangelnde Körperhygiene, Appetitlosigkeit, Selbstzweifel, Gewichtsverlust, Abkapselung Stufe 4 ist abgeschlossen Lass mich alleine Du kannst rufen Du kannst gar nicht rufen Du kannst gar nicht rufen F*** Ich bin eine Persönlichkeitsstörung Panikstörung? Posttraumatische Belastungsstörung? Er wehrt sich sehr gegen den Gedanken, eine Depression zu haben oder Hilfe zu brauchen Wie lange brauchst du noch und warum dauert das überhaupt so lange? Was hast du noch für Symptome, die du verstärken kannst? Was ist dein Plan? Ich wollte die sozialen Kontakte einschränken Das hast du schon Aber noch mehr? F*** off Ja, so leicht geht das leider nicht